Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stimmi. Ja und heute das Orakel Schweiz gegen Spanien, ich spiele die Schweizer und Spanien spielt hier Art Boxing & Play. Erstmal ein Stück aus der kalten Cola, guten Tag. Guten Tag. Ronaldo hasst diesen Trick. So, also Schweiz-Spanien, also ich denke, dass er locker Spanien gewinnt. Was denkst du? Ich sag 2-3-1. 3-1 nach 90 Minuten. Okay, ich sag mal 2-0 für Spanien. Ich glaube ein Gegentor werden die wieder kassieren, das wäre so typisch für die. So, Jordi Alba. Ui, 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 ui. Glücklichkeit jetzt. Kommst du noch dran? Ja, Alba. Das war wieder perfekt. Morata. Morata. Nein, Alter. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Nein, Lorente jetzt wird mein Rechtsverteidiger. Cheat, 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 cheat. Oh, ein Wurf. Wie? Warum OP? Was soll das? Referee bezahlt. Ich glaub's auch, Alter. Morata. OP bescheißt dir. Das ist ja echt so. Hab EA angerufen. Hab gesagt, ja. Stell mal den, äh, den Trainer, sag ich schon. Die Schiedsrichter für mich ein. Ach, abseits. Ich feier's. Okay. Schön, Torres. Morata. Hä? Oh. Oh, was war denn das für ein Pass, Junge? Oh. Embolo verpasst den Ball. Oh, Morata. Jetzt hast du die Chance. Morata, Morata, Morata. Schieß doch. Ja. Oh. Gehalten. Da macht der so einen Lukas-Schuss, Alter. Ja. Oh, Digga, wo kommt denn die Ecke hin, Alter? Die kommt. Irgendwo hin. So. Okay, das stinkt. Embolo. Nein. Oh, scheiße. Der war kacke. Der Pass war scheiße. Ramos. Rambo, Ramos. Wieso ist denn der überhaupt da drin? Weiß ich nicht. Das haben die bei den Online-Kader nie geändert, die Esel. Typen. EA halt. Nein. Jetzt hätte ich ja natürlich Laporte gespielt da hinten. Ah. Ah, die Schweiz hält gut hier dagegen. Oh. 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 Wollte ich ja gerade sagen. Faul. Huch. Wie. Kein Gelb. Ich. Für was denn? Für das bisschen hier. Uh. Mann. Taktisch ist faul. Elfmeter. Boah. Schon wieder Elfmeter. Er hätte auch durchlaufen lassen können. Er wäre Morata noch zum Abschluss gekommen. Ja. Typ, Alter. Ah. Mal gucken, wie OP. Ich hätte Morata noch schießen können. Mal schauen, wie OP beim Elfmeter ist. Nicht so ganz gut. Eh. Ja, falsche. Ja, also Spanien führt hier 1-0 jetzt. Jawohl. Durch Ramos, der eigentlich gar nicht dabei ist. Hä, 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 hä. Naja. Mal gespannt, ob der überhaupt nochmal für die Nationalmannschaft spielt. Wie alt ist der? Der ist ja auch schnell da. 36, glaube ich. Naja. Ja. Wenn da mal irgendwie so ein MPP kommt, ey, da ist er viel zu langsam. Ach, Digga. Dem bericht er vor, zum Beginn des Spiels bericht er dem irgendwas. Ich glaube auch. Alter, ich denke, nee, gar keinen Bock. So, Ramos ist 35. Uh. Und steht vor, der wechselt anscheinend zu PSG. Uiuiuiuiuiui. Raudi Alba. Ja, moin. Wichtig. Nein, doch nicht wichtig. Noch PSG, Alter. Ja, Real hat den herausgeworfen. Das ist so blöd, Alter. Real ist so bescheuert. Holst du auch hier lieber Alba? Messi ist zwar auch vereinslos, aber der wird eh bei Barcelona bleiben. Da sind die Gespräche am Laufen. Ja, der ist ja im Moment noch bei der EM. Äh, nicht EM. Bei der Copa America. Messi bei der EM. Man kennt ihn. Ich bin lost. Morata. Nein. Seid verziehen einfach. Och, ey. Komm, kriegst du. Jawohl. Oh. Alter. Rettet der den hier. Richtig. Och. Kommt keiner hinterher hier. Risiko gegangen, Alter. Morata. Warum ist denn da keiner im Strafraum? Ich bin auch im Strafraum. Ja, du bist aber keiner von Spanien. Das ist gut. Oh. Nein, Ramos. Doch jetzt. Oh. Oh, Doris. Nein. Nein. Oh. Nein, meine Spieler faulen sich. Oh, der Chea. Auch wenn du nicht gesetzt bist, doch ja. Bei mir bist du immer gesetzt. Alter. Ich komme nicht zum Schuss. Oh, nein. Thiago. Du bist langsam, aber egal. Es reicht. Ja. Passt doch. Ich drücke noch Passt, du Esel. Och, Mann. Boah. Busquets. Und jetzt Lauf. Konter. Koke. Koke. Kein richtiger Konter, aber versuchen wir es. Koke. Wieder. Mo- Ja, Morata, den musst du haben. Den musst du haben, mein Jung. Ja. Nein. Jawohl. Geredet. Geredet. Hedrit. Zweitens. Nein. Thiago. Thiago. Also, Thiago, wo ist denn hier hinkommen? Ah, nicht dahin. Nein! Nein, 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 nein. Ja! Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Morata hier zum 2 zu 0. So könnte es schon ausgehen eigentlich im Real Life. Wollte ich dir sagen, Alter, Thiago, zu welchem Baumstreichler köpfst du, Mann? Ich war jetzt so gut mitgehalten. Aber jetzt irgendwie... ...Pflaumen und so auseinander. Das ist ja noch eine Halbzeit. Oh. Oh. Nein, was war das denn? Was war das für ein Biber-Schiss? Thiago? Halbzeit schaden. Glück gehabt. Der wäre durchgegangen. Ja. Halbzeit. Spanien führt jetzt 2 zu 0. durch Ramos Elfmeter und durch Morata. Jo. Mal gucken, wie hier die, äh... das Statistiken sind. Schüsse aufs Tor. 2 zu 5. Ja, das ist ganz klar. Äh... Ballbesitz hat Spanien auch mehr. Ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, wie wir hier mal einwechseln könnten. Alles nur Affen hier. Alles zu lang... Alles zu langsam, finde ich, Alter. Ach, ich lasse uns erstmal so. Man kann ja immer noch wechseln. So. Ja. So. Und zweite Halbzeit. Mal gespannt, ob hier jetzt die Schweiz noch was reisen kann. Ich hoffe es. Weil... Wir haben sich ja eigentlich... gut verkauft in der ersten Halbzeit. Uh. Nein. Was war das denn für ein Wurstwasserpass? Ach. Der Rambo. Rambo, Ramos. Hier, hier. Nein. Ja, doch. Der könnte ankommen. Oh, Murat Arminion. Der musst du hin. Ups. Nein, war kein Foul. Auf einen Satz. Ach, Mann. Uh. So, jetzt euer Sabal. Der frische Mann. Oh, im Barbo, Alter. Lauf doch. Der frische... Der frische Mann auf dem Platz. Ja, nein. Ich dachte, er kriegt den auch mal. Oh, scheiße. Der war kacke. Oh. Komm, lauf. Lauf, lauf, den kriegst du noch. Nein. Oh. Hallo. Richtig. Oh. Was war das denn? Oh, das war gut. Ein Wurf für mich. Hä? Doch kein Ein Wurf. Richtig. Was war denn das hier? Naja, ich hab vorher gefoult, deshalb. Ach so. Kann ich mitbekommen. Gar nicht mitbekommen. Was war das? Weiß ich nicht. Scheiße. Aha, der deckt hier alles. Oh. Ach, komm. Ziemlich verarschen oder was? Oh. Ja, Kroker. Oh. Oh, nein. Und weg mit dem Ball. Oh, das war das. Die Lorente. Okay. So, Thiago, jetzt aber. Auf den frisch eingewechselt. Boah. Auf den... Nein, das war abseits. Der wäre so gut gekommen. Auf den frisch eingewechselt. Oh, ja, Sabal. Alter, ich glaub's nicht. Jetzt muss ich auch noch hier hinten rum spielen, ey. Nein. Morata. Na, ja, den kriegt er noch. Jetzt, oh ja, Sabal. Schick, 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 schick. Danke. Morata, Kopfball. Nein, der kommt nicht dran. Ein paar Zentimeter. Jawohl. Boah. Boah, der hätte noch im Spiel. Ah, das gibt's doch nicht. Nein. Nein. Und ups. Boah. Boah, was? Boah, was ein Tor. Was ist das denn? Du Eten mit den Titten. Geiles Tor. Lass uns mal gucken, wie das ausgesehen hat. Oh. So, Ramos. Boah. Glaubt er nicht dran? Was macht Rea denn da, der Esel? Jawohl. Die Schweiz kommt wieder... Was weiß ich, warum er... Die Schweiz kommt wieder ran hier. Da ist das Gegentor, was OP gemeint hat. Ja. Jetzt noch eins von mir. Ups. Dann ist er da, dass... Mal mal. Euer Sabal. Boah, ist der. Ja. Oh. Oh. Nein. Nicht da hin. Oh, Morata. Äh. Schieß. Schieß. Schieß doch. Ups. So. Shaqiri. Ja. Als ob. Kommt er. Neuer Sabal. Lauf. Nein. Ich wollte gerade auf Morata durchpassen. Cheat, 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 cheat. Oh, gut gespielt. Ja. Nein. Was machst du? Ja. Und die Schweizer sind im Spiel wieder. Huh. Und ich wollte auch... War eigentlich bei Unentschieden. Ich wollte auch eigentlich noch wechseln. Ganz schnell wechseln. Weiß ich nicht. Man kann ja leider im FIFA, äh, wenn man ein Freundschaftsspiel macht, äh, kein Verlängerung machen. Deswegen ist das ein bisschen döf. Döf. Hehe. So. Weiter geht's. Vielleicht macht ja noch einer ein Tor von uns. Mal gucken. Sind ja noch ein paar Minütchen. Ja, wir wissen es. Wir haben es gesehen. Schacker war das. Oh. Ist da Thiago rausgegangen? Mhm. So. Ich brauch da nochmal Frische in der Offensive. Nein. Nooah. Ooooah. Äh? Semmelt er mich da um. Er hat's bei einer Verwarnung belassen, ey. Semmelt. Oh, das kann nichts geben. Das war nichts. So. Jetzt Torres. Ferran Torres. Ah, Digga. Ich drück doch Dreieck. Warum spielst du da nicht? Und ein Wurf. Absolut wichtig, Alter. Da nochmal gestürzt zu haben. Äh, wie soll es zwei bei mir gäbe? Ich weiß von einem. Oh. Ach komm. Ach komm. So. Mal gucken. Ui. Uiuiui. Der war gar nicht so schlecht. Wuhuhu. Ach komm. Ach. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Digga, ich dachte, der war drinnen, Alter. Dann hatte ich auch. Ah. Digga. Ferran Torres. Moreno. Komm. Der frische Mann jetzt in der Mitte. Oh. Der kommt nicht an. Nein. Hä? Wieso hat der den Ball nicht angenommen? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Jawohl. Letzte Chance wahrscheinlich. BAM. Ach komm. Gibt es nicht. Die Schweiz. Junge, Junge, Junge. Die werfen ja alles weg, weil auf einmal offensiv alles tot ist. Ey. Ja. Wahrscheinlich ist das kein Faul gewesen. Komm, Schiri, fallf ab. Oh. Ey. Schön umgesammelt hier. Oh. Oh. Schön. Und nach vorne. Das ist FIFA, wie es lebt und lebt. Du wechselst einen Offensiven zur Halbzeit aus für einen neuen Offensiven. Auf einmal geht bei dir gar nichts mehr offensiv. Funktioniert einfach wirklich gar nichts mehr. Was ist das? Ich habe einen frischen Mann für die Offensiege gebracht. Auf einmal ging gar nichts mehr. Weder hinten nach vorne. Vielleicht am besten nicht gewechselt. Ja. Wenn ich das mal vorher gewusst. Och ja. Moreno. Ah. Ah. Ja. Jawohl. Die Schweiz gewinnt hier 3-2 gegen Spanien. Ich bin gespannt, wie es in Real Life ist. Ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, was ihr meint, wer gewinnt oder nicht gewinnt. Ja. Danke, OP, für das Spiel. Warte, ich bin mal ganz ernsthaft. Ehrlich. Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, weil das bei ihm auch schon mal so war. Es kann doch nicht sein, dass du wechselst, einen Spieler auswechselst und bei dir auf einmal offensiv gar nichts mehr funktioniert. Wirklich gar nichts mehr. Ja. Du hast ja gesehen, wie die erste Halbzeit zwischen uns beiden war. Auf einmal ging gar nichts mehr. Ja. Das ist vielleicht, wenn man zu viel abwechselt. Ich weiß nicht, wie viel hast du gewechselt? Dreimal? In der ersten Halbzeit einmal. Na ja, und dann zweimal, also zwei Spieler in der zweiten Halbzeit. Ja. Na ja, ist halt jetzt so ausgegangen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.